Skifahren, das ist Spaß. Und dies vom ersten Schwung an. Und wenn es mal nicht so klappt, dann muss es wirklich nicht zu solch drastischen Maßnahmen kommen. Umfassende Hilfe bietet Check & Service, Deutschlands größte Skiwerkstatt. Hier machen die Profis für professionelle Belag- und Kantenpräparation auch starke brauchte oder beschädigte Ski- und Snowboards wieder fit. Modernste Maschinen und über 20 Jahre Erfahrung in der Skipräparation bürgen für Qualität. Check & Service ist auch der kompetente Partner im Verleih. Ausrüstung, Ausleihen? Kein Problem. Check & Service hat für jeden die passenden Stiefel, Ski oder Snowboard für den richtigen Spaß im Schnee. Vom Easy Carver für den Anfänger oder Top Racer für den Fortgeschrittenen. Der Kunde bekommt mit Beginn der Saison immer die aktuellsten Modelle. Die Lagerhaltung verwaltet ein modernes Online-System. Ganz unkompliziert kann der Kunde von zu Hause aus die Ski ordern. Der hohe Qualitätsanspruch setzt sich in der Werkstatt fort. Nur die modernsten Maschinen der Firma Wintersteiger kommen zum Einsatz. Grobe Kratzer im Ski- und Bordbelag werden durch automatisches Aufschmelzen ausgebessert. Dabei wird flüssiges Polyethylen gezielt auf die entsprechenden Stellen aufgebracht. Die konstante Aufschmelztemperatur garantiert eine optimale Verbindung des Materials. Sehr tiefe oder große Beschädigungen wie Löcher im Ski- oder Snowboardbelag sind nicht mehr maschinell mit Polyethylen aufzuschmelzen. Mit großer Routine und handwerklichem Geschick werden diese Beschädigungen manuell behoben. Beim professionellen Ski- und Bordtuning durchläuft der Ski fünf Stationen. Vorschleifen Zu Beginn wird die Belagoberfläche schonend und absolut plan abgetragen. Je nach Fahrkönnen werden nun die Seitenkanten zwischen 1 und 3 Grad hinterschliffen. Ergebnis? Ein völlig exakter Winkel. Zudem bleibt die Schärfe der Kanten länger erhalten. Beim individuellen Strukturschleifen wird jetzt die gesamte Laufläche des Skis mit winzigen Einschnitten versehen. Der Belag nimmt dadurch mehr Wachs auf. Die so entstandenen Strukturen verhindern ein Ansaugen des Skis im Schnee. Nun werden die unteren Kanten zwischen 0 und 2 Grad abgehängt. So entsteht eine durchgehend glatte Oberfläche. Die präzise geschliffenen Kanten garantieren beste Drehfreudigkeit und Halt auf der Piste. Ein besonders wichtiger Schritt bei der Skipräparation ist das abschließende Aufbringen von Heißwachs. Heißwachs imprägniert den Belag, schützt vor Beschädigungen und verbessert die Dreh- und Gleiteigenschaft des Skis. Beschädigungen im Snowboardbelag oder schlechte Kanten? Check & Service bietet natürlich auch alle Serviceleistungen für Snowboards. Dazu gehört die fachkundige Montage und Einstellung der Bindung, die professionelle Belagpräparation und Kantenschliff. Sie muss halten, wenn sie soll und aufgehen, wenn sie muss. Die Skibindung. Mindestens einmal in der Saison soll die Bindung auf ihre Funktionsfähigkeit hin überprüft werden. Bei Check & Service wird die Bindung mit computergesteuerten Messgeräten genau auf die jeweiligen Anforderungen justiert. Ski und Snowboards sind hochtechnische Sportgeräte. Sachkundige Pflege ist für eine lange Lebensdauer daher unerlässlich. Check & Service ist seit Jahren der kompetente Partner für perfektes Material und somit für den Spaß auf der Piste. Untertitelung des ZDF für funk, 2017